Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Martendo. Äh, ja. Meine Facecam, die lag ein bisschen, äh, weil hier schwache Belichtung ist, blablabla. Und ja, ich bin ebenfalls heute nicht alleine. Halt die Fresse, Lukas. Okay, rassistische Witze abgehakt. Let's go. So, jetzt gehen wir aber... Ich kann noch mehr droppen. Ne, jetzt gehen wir aber zurück ins Gameplay. Wir hängen ja immer noch bei Undine fest. Wo ich so übel abgeraged bin. So. Nein, scheiße, ich hab schon wieder ganz vergessen, dass ich Z drücken muss. Anstatt, äh, Enter. Wow, geht gut los, Digga. Ah, warte mal, ich möchte mal kurz gucken, ob die Aufnahme lag nicht perfekt. Ähm, das ist schön. Nö. Das ist nöhn. Wie n Föhn. Ich bin Sushi Muschi. Alter, was? Ja, ich weiß, du bist ne Muschi. Krass, äh. Nö. Dann halt nicht. Och Gott, war der Scheiße. Oh lol. Und ich bin gegen mein Mikrofon gestoßen. Nicer Sound auf jeden Fall. Hochprofessionell. Hochprofessionell. Auf Ehre. Ich bin ein Profi-Gamer. Nö. Oh Gott, das ging grad bis ins Übersteuern rein. Holy fuck. Ich könnte das sagen, aber ich will keine Videos vermissen. Spoiler. Stimmt, los. Ich bleib mir jetzt erst auf. Was denn? Vor 40 Minuten kam bei mir Anertal Online. Auch der Undine-Kampf. Aber die leichtere Variante. Ach, ach. Ähm. Ähm, Ultimate hat mir by the way einen Tipp gegeben, dass man bei Undine, äh, sobald man das rote, äh, sobald man, äh, äh, sobald das Herz rot ist, dass man dann vor Andine fliehen kann. Hm. Danke für den Spoiler. Stimmt. Das ist doch kein Spoiler. Ja gut. Gut, das... ...stimmt schon. Ein Spoiler wäre, wenn ich die Story spoilern würde. Hm. Ja gut, das stimmt halt auch wieder. Aber momentan bin ich ein grünes Herz. Ich wollte tatsächlich gerade schon fliehen, aber ich hab's komplett verschissen. Ich hoffe, dass ich gleich wieder ein rotes Herz werde. Nein, eben nicht. Verfickt. Ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich wieder ein rotes Herz. Ich da unten muss laufen. Ganz schnell. Hab ich auch. Oh, oh. Verpiss dich. Verpiss dich. Hä, warum bist du so schnell? Du kleine... Du kleine Mistfotze. Die würde ich noch ein, zweimal packen. Einfach fliegen. Ausweichen und fliegen. Mehr ist es nicht. Mach ich auch. Zur Not kann ich mich ja auch heilen. Ja. Sorry, dass ich gerade so wenig laber, aber an deinen Kampf darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Nee. Darf man halt echt nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass an deinen kein leichter Gegner ist. Ja gut, jetzt kommt drauf an, welche Version du machst. Entweder du kämpfst oder du fliehst. Fliehen ist leichter, kämpfen ist hart. Ich mache... Also ich kämpfe ja erst und dann fliehe ich ja erst. Ja gut, das was du jetzt machst, ist ja ausweichen und mehr nicht. Ja. Eigentlich. Das wäre die Pazifisten-Version. Ja. Scheiße, ich muss mich heilen, weil ich hatte nur noch 8 HP. Das kann auch nach hinten losgehen. Ich weiß noch was. Der Dummy. Ah ja. Da war ja was. Ich hasse den Dummy. Ich will nie wieder einen Dummy sehen. Nie wieder. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich bleibe jetzt noch ein rotes Herz. Ja, bleibe ich. Weil ich musste mich erst heilen als rotes Herz. Und jetzt muss ich escapen. Oh fuck. Nein, du bleibst nicht. Nein. Du bleibst ja eine gewisse Zeit ein rotes Herz. Ah ja, ich sehe es. So. Jetzt bin ich gerade wieder geflohen. Hau ab. Hau ab. Hau ab, du alte Tränze. Warum bist du so schnell? Oh mein fucking Gott. Warum bist du so schnell? Über die Brücke. Geh über die Brücke, du Horst. Geh über die Brücke, du Horst. Horst Höfer und... Geschafft. Du hast es eigentlich geschafft schon. Holy fuck. Bitte, bitte, bitte. Ja, nice. Nice. Vollende qualvoll, du Schlampe. Oh. Hauptsache es gibt in der Lava-Welt einen fucking Wasserspender, ne? Ja, damit kannst du sie retten. Ja, ich weiß schon. Mach ich aber nicht. Ah, den Tee kann man speichern. Ich fühle mich von dir gerade so verarscht, Alter. Warum? Ich reiß mir den Arsch auf, Versuch, Partifisten zu machen. Und er bringt sie einfach um, lässt sie elendig verdursten, Alter. Normal. Ich bin gerne ein 31er. LAL. Ich fahr jetzt gerade mit so einem Flo... Ich fahr jetzt gerade auf so einem Floß irgendwo hin. Mit so einem Sensen, Mann. Achso, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du bist hier zugleich. Jetzt sollte ich... Jetzt sollte ich irgendwie wieder in Snowden Town oder so sein. Ja. Wie viel Gold hast du denn? Gute Frage. Kann ich eigentlich mal gucken. Ja, ich möchte gerne das Inventar öffnen. So, jetzt. 300 Gold. Hätte ich jetzt gesagt, dass du Items holst, aber nicht so weh. Okay. Macht keinen Sinn. Also, ich kann jetzt jederzeit mit diesem Floß wieder rüberfahren. Ja. Na, na, ich geh mal wieder rüber. Was will ich in Snowden Town? Was? Du warst ja... Du warst ja, äh, äh, Waterfall warst ja bei diesem Shop mit dieser Filtkröte. Hm. Und da drunter war ja dieses Ding mit Wasser. Ja. Da kannst du mit dem Boot hin. Okay, das ist geil. Ist immer nützlich von Hotland nach Waterfall zu fahren. Du musst nur geradeaus nach oben und kommst zum Shop. By the way, ich probiere gerade einen neuen Energy aus. Monsterpunch. Hashtag neue Werbung. Jetzt werde ich wahrscheinlich... Jetzt werde ich wahrscheinlich als Schleichwerbungsexperte abgestempelt, aber ist mir scheißegal. Es sah einfach interessant aus und ich nehme es einfach mit. Und das riecht übel nach Zuckerwatte. Oder nach Tutti... Ne, es riecht eher nach Tutti-Frutti. Ich fahre jetzt gerade zum Wasserfall. Okay. Äh, was hast du denn eigentlich für Alten? Hast du doch irgendwie so Waffen, die du nicht brauchst? Einen Stock habe ich. Ja, ich würde sagen, dass du zu Temi gehst. In Temi-Dorf. Hm. Ach, du weißt ja gar nicht, wo das ist, ne? Ne. Äh, weißt du noch dieses Rätsel, wo du auf die Pilze gehen musstest, um den Weg zu machen? Ja. Einer Ecke. So ganz weit rechts. Äh, ist ein unsichtbarer Weg nach unten. Mhm. Okay. Schade, dass ich kein Bild sehen kann, sonst hätte ich führen können. Äh, ich kann mal Bildschirmübertragung anmachen. Ja, das ist ja nützlich. Kann ich dich nämlich führen. Ähm. Undertale Stream. Dann digitier ich das lieber. Uff. Ich glaube, das ist einfach nur weißer Bildschirm gerade. Jo. Aber ich höre wenigstens Sound. Ja. Und meine Maus siehst du aber auch, ne? Ja. Das ist schön. Ja, wow. Aber, aber du siehst nur weißen Screen. Ja, musst du mir halt Bescheid geben, wo du bist. Hm. Dann bringt die Übertragung aber auch nichts. Ja, dann sag ich mir einfach, wo du bist und... Ja. Mach es einfach wieder aus. Okay. So, warte mal. Ich kann dir sofort sagen, wo ich bin. Okay. Ah ja, genau. Jetzt bin ich hier bei diesen Pilzen. Okay, jetzt gehst du... ...runter. Ja. Also, erst mal irgendwie nach links. Okay. Und den dicker lang. Okay. Mach ich. So, jetzt bin ich da, ähm... ...an dieser Kreuzung, wo du dann so eine gerade lang geht. Wo du dann nach links oder rechts hoch abbiegen kannst. Äh... Warte, äh... Jetzt muss ich überlegen. Weißt du... Äh, du warst ja eben an dem Start. Ja. Da waren ja diese Pilze. Da waren ja diese Pilze, ne? Ja, wart's. Und da musstest du nach links. Und dann geht's ja nach unten. Richtig? Ja, na, das hab ich alles schon. Okay, dann nach rechts. Komplett nach rechts. Hab ich auch. Jetzt solltest du an der... ...an der Ecke sein, wo es dann nach oben geht, ne? Ja, nach oben oder nach unten halt, ne? Und... Ja, geh mal nach unten. Okay. Ah ja, jetzt bin ich hier bei diesen vielen, äh... Jetzt bist du bei Tammy. Ja. Genau, und da kannst du verkaufen. Da kriegst du für den, für den Stock alleine 150 Gold. Okay. Und bei welchem genau muss ich das machen? Äh, da... Gibt's zu viele. So ein Tor. Da ist so ein Tor in der... Mit so einem... Ah, ja, okay. Ja. Da musst du auf Sell. Und die Items, die da angeboten werden, nicht kaufen. Bitte nicht kaufen. Okay. Die sind scheiße. Da steht, damn by, stick for 151 Gold. Ich geh auf nein, ne? Doch, doch, doch. Verkaufen. Für 100... Da kriegst du... Ah so. 151 Gold, du verkaufst zu dem. Okay. Ah ja, okay. Ja, okay. Okay, alles klar. Du kommst ja das Gold. Okay. Und jetzt kann ich wieder gehen. Ja, jetzt kannst du wieder gehen. Okay, alles klar. Wenn du eben 3 Gold hattest, äh, plus 151 macht 154 Gold. Ich hab jetzt... Und... 451. Ach so, doch so viel. Ja? Na, ich hab... Ich hatte am Anfang 300. Ach so, ich hab 3... Ah, ich hab nur 3 verstanden, weil es gelaggt hat. Okay, sorry. Ne, ich hab 300 gesagt. Ja, gut. Dann würd ich zur Schildkröte gehen und erst mal fett einkaufen. Okay. Irgendwie Heil-Items holen. Oder hast du noch welche in der Kiste? Heil-Items? Ja, da ist ja so ne Kiste. Naja, ich weiß schon. Hast du da noch was? Scheiße! Was ist jetzt los? Ich hab Escape gedrückt erhalten, ne? Ich hab jetzt gerade Undertale geschlossen. Wie? Ja. K-K-K-K-K-K-K. Nein. Top 10 Let's Player 2019 Oh Gott Let's Player fail Platz Nummer 1 geht an mich, Alter Ich habe immerhin meine Energie Scheiße, aber ich habe immerhin zwischendurch gespeichert Also du hast den Stock verkauft und hast gespeichert Nee, davor habe ich nochmal gespeichert Ja, dann darfst du nochmal zurückgehen Aber zum Glück musste ich jetzt nicht nochmal den anderen Fight machen Weil ich danach direkt gespeichert habe Na gut, es bringt jetzt eh nichts den Port nochmal anzufangen Ich wollte mich hier in 20 Minuten halten und wir sind jetzt bei 15.33 Es lohnt sich jetzt nicht mehr das nochmal anzuschmeißen Ja, ich weiß Dann mache ich einfach im nächsten Part da weiter an der Stelle Okay, nice Okay, nice Okay, nice Okay, nice Okay, nice